Ab 1. Januar kommenden Jahres werden in Mittweida die Erhebung von Gebühren für Teile der Straßen Sondernutzungssatzung für zwei Jahre ausgesetzt. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag. Die temporäre Aussetzung der Gebührenerhebung für die Innenstadt betrifft jeweils pro Geschäft das Aufstellen eines Werbeträgers, das Aufstellen einer Warenauslage, das Aufstellen einer Sitzmöglichkeit für bis zu drei Personen, das Aufstellen von bis zu zwei Pflanzgefäßen links und rechts des Eingangs. Die Verwaltung wird ermächtigt, maximale Flächengrößen für die Gebührenbefreiung festzulegen, heißt es im Beschluss des Stadtrates weiter. Der Beschluss erfolgt auf Antrag des Geschäftsstraßenmanagements mit dem Ziel, die Innenstadt wieder lebenswerter zu gestalten und die Wahrnehmbarkeit der Geschäfte zu erhöhen.